Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Heute werde ich euch mal wieder alle Ereignisse rund um Hertha BSC zusammenfassen. Wir gehen dabei auf neue Ereignisse rund um die Fans ein und auf neue Transfergerüchte, sowie schon abgeschlossene Transfers, denn heute gibt es etwas zu verkünden. Doch bevor ich mit dem Video beginne, noch einmal ganz kurz der Hinweis, abonniert ganz gerne den Kanal, um auch nichts mehr vom Januar Transferfenster zu verpassen. Wir gehen jetzt in die letzten vier Tage rein und ich würde sagen, starten wir sofort rein mit dem heutigen Video. Zuerst fangen wir an mit Lucas Alario. Lucas Alario ist momentan ein 29-jähriger Stürmer, welcher für Bayer Leverkusen aufläuft und vor allem in den letzten Saisons dort gut Furore gesottert und einige Tore geschossen hat. Er ist 29 Jahre alt, kommt aus Argentinien, aber spielt in dieser Saison nicht Stamm, beziehungsweise spielt er maximal als Rotations- oder Ergänzungsspieler und hat bereits in 13 Bundesligeeinsätzen lediglich ein Tor geschossen. Er spielt nur in 5% der Spiele als Startelfkandidat und an sich kann man einfach sagen, dass er in dieser Saison überhaupt nicht überzeugt und dass Hertha BSC daran interessiert ist, diesen Stürmer auszuleihen. Das heißt, man möchte ein Leihangebot setzen, um diesen Stürmer möglicherweise zu verleihen, um diesen Stürmer auszuleihen und damit ganz klar die Stürmerposition zu füllen. Bereits an dem Gerücht rund um Demirovic erkennen wir, dass wir uns momentan um einen Stürmer bemühen und dass wir unbedingt uns in den Offensiv rein verstärken wollen, damit wir dort für die Rückrunde gut gewappnet sind und sogar noch Optionen haben auf Tore. Grundlich kann man zu seiner Spielweise sagen, dass er eigentlich ein sehr kräftiger Stürmer ist, möglicherweise auch eher ein Zielspieler, ähnlich wie Christoph Biontek und daher die Einbindung in das System sich schwierig gestalten könnte. Nichtsdestotrotz, unter dem neuen System, unter Typhon Corco, der 4-4-2 Variante, würde ihnen ein Doppelsturm wirklich gut tun und ich finde, dass wir diesen Transfer, diese Leihe realisieren sollten. Aber leider hat auch die Eintracht aus Frankfurt enormes Interesse, diese Spiele auszuleihen, denn Sam Lemmers absolviert ja überhaupt keine guten Leistungen und daher wollen sie den auch unbedingt ausleihen. Aber ich hoffe, dass Hertha sich durchsetzt in dem Duell und dass wir ihm hier eine nötige Perspektive bieten, um ihm möglicherweise auch bei guten Leistungen nach dem Sommer-Transferfenster zu verpflichten. Gehen wir auf den nächsten Transfer ein, Dong Jong Lee. Dong Jong Lee ist ein 24-jähriger Südkoreaner, welcher bei Ulsan Hünja spielt. Das ist ein Verein in der ersten koreanischen Liga und er kommt selber aus Südkorea, ist ein Außenspieler, der auf der rechten Außenposition spielen kann und Grundnick kann man sagen, dass er sogar ein, wie ich finde, unerkanntes Talent ist. Er ist bereits für die südkoreanische Nationalmannschaft debütiert und liefert wirklich gute Leistungen anab. In der ersten koreanischen Liga hat er in 49 Spielen als Außenspieler 14 Tore erzielt und 6 Forderungen gemacht. Schießt also als Außenspieler alle 200 Minuten ein Tor und Grundnick kann man dazu sagen, dass das wirklich ein torgefährlicher Außenspieler ist, der mit enorm viel Tempo und Drüppelstärke kommt und sich tatsächlich bei uns in der Bundesliga durchsetzen kann. Wenn man mal seine Spiele sich betrachtet, dann sieht man, dass er sehr auffällig in der Offensive ist, dass er wirklich herausragende Leistungen da teilweise abgeliefert hat. Wenn man mal auf die Saison blickt, dann sehen wir, dass einzelne Spiele wirklich sehr gut gemeistert worden sind. Zum Beispiel hat er ja auch für die südkoreanische Nationalmannschaft bereits schon in der U23 sehr gute Leistungen gezeigt. Und wie ich finde, sollte man ihn auf jeden Fall verpflichten, weil er wäre, so berichtet es die BILD, kurz vor einem Medizincheck. Er ist jetzt extra von der Nationalmannschaft abgereist, um zu unserem Medizincheck zu erscheinen. Und wie ich finde, wäre er ein perfekter Spieler, der in unser Beuteschimmer passt. Er ist unbekannt, er kostet richtig, richtig wenig. Sein Marktwert liegt so im Bereich von 1 bis 3 Millionen Euro. Und dazu, wie ich finde, ist er ein kleines, unerkanntes Talent, welches sich auf der Flügelposition in der Bundesliga meiner Meinung nach durchsetzen könnte. Nichtsdestotrotz muss man eben sagen, dass das keine sofortige Verstärkung ist. Er kommt aus Südkorea, muss die Sprache, muss sich in die Taktik integrieren, muss sich darin gewöhnen. Es wäre vor allem ein Vorgriff für die nächste Saison, um die Flügelposition zu füllen. Er wäre natürlich kein sofortiger Stammspieler, aber er könnte von der Bank kommen, einzelne Einsätze machen, sich ins Team integrieren und dann im Sommer vollständig neben Insona zur Verfügung zu stehen. Und ich würde mich auf diesen Transfer wirklich freuen. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn wir uns in den europäischen Top-Nemen rumschauen, gibt es da kaum Flügelspieler, die wollen, zu Hertha BSC zu wechseln und die auch das Potenzial haben, bei uns sich in das Startelf zu integrieren. Und ich finde, ein Vorgriff, vor allem im Scouting-Gebiet, auf die ganze Welt zu erweitern, finde ich, das ist ein guter Vorgriff. Und der zeigt möglicherweise auch, dass Freddy Bobic hier ein glückliches Händchen erwischt hat. Gehen wir auf die nächste News ein. Oma Alderete. Oma Alderete ist aktuell ja an den FC Valencia verliehen und es heißt, sobald die Valencia in die Europa League kommen, da werden wir Geld bekommen. Das stimmt nicht. Sobald Oma Alderete 25 Einsätze in der Startelf verbringt, werden wir 7 Millionen Euro für ihn bekommen. Und ich finde, das ist sehr gut. Denn momentan hat er bereits schon 19 Einsätze in der Startelfstellung verbracht. Und grundsätzlich kann man sagen, es steht 6 Spieler entfernt von diesen 7 Millionen Euro, die wir kriegen werden. Wir haben für ihn übrigens nicht 6 Millionen Euro bezahlt, sondern nur 3 Millionen Euro. Das heißt, wir würden 4 Millionen Euro plus machen und das würde uns im Februar, wenn er dann dieses 6. Spiel übernimmt auf dieser Position, wirklich eine Art Geldring geben. Also, ich denke mal, Oma Alderete wird uns endgültig verlassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der FC Valencia diese 25 Einsätze nicht vollmacht, ist sehr unwahrscheinlich. Aber wir kriegen 7 Millionen Euro für Oma Alderete. Ich finde, das ist ein guter Transfer, auf den man aufbauen kann. Nur momentan sehen wir halt, wie er beim FC Valencia funktioniert. Es ist wieder einer der so vielen Spieler, die bei uns überhaupt nicht funktionieren, aber bei jedem anderen Verein eine herausragende Leistung absolvieren. Ja, zum Schluss kann ich noch sagen, als Abschluss der heutigen Hertha-News, Hertha BSC hat eine Stellungnahme zu den Vorfällen am vergangenen Samstag, dem 22.01.2022, auf dem Trainingsplatz veröffentlicht und darin heißt es einfach nur, dass man ja nicht zufrieden ist, dass die Ostkurve, beziehungsweise nicht die Ostkurve, sondern Fanvertreter der anwesenden Fans, ja, sich nicht eine umfassende Entschuldigung hochgeladen haben, beziehungsweise sich nicht klar entschuldigt haben und dass man mit der Art und Weise des Vorgangs und ja, wie der Vorfall sich auf die, ja, online, ich sage immer, auf die Medien aufgewirkt hat, dass man damit nicht zufrieden sei und dass hier eine Grenze überstritten wurde. Nichtsdestotrotz sei man bereit, in den Dialog zu treten und grundsätzlich kann man sagen, war es das für heute mit diesem Video. Es ist, was ich dazu sagen kann, es ist zum Schutz der Mitarbeitenden, Mitglieder und Fans, sieht Hertha BSC sich immer nun mehr veranlasst, sämtliche Schritte gegen, beziehungsweise auch rechtliche Maßnahmen zu prüfen und dementsprechend zu veranlassen. Das heißt, das könnte dort sich in einem kleinen Rechtschritt ausbauen. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, freuen wir uns über die anstehenden Transfers. Don Jong Lee, der Transfer ist nahezu fix. Lucas Alario ist noch zum größten Herzen Gerücht. Ich hoffe, beide gehen in Erfüllung, ich kann es mir durchaus vorstellen und an dieser Stelle würde ich dieses Video gerne beenden. Wenn ja, wenn ihr es euch gefallen habt, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn aktuell läuft da sehr noch dran, das ist das Feierfenster noch vier Tage und im nächsten Mal zu verpassen. Abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und Tschüss.